Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Ich bin ja noch beim Assassin Festival und wir versuchen jetzt eine weitere ID-Karte zurückzubekommen. Und das hier auf dem Markt. Wir müssen erstmal schauen. Übrigens, das Speichern hat nicht geholfen. Und ich durfte nochmal vom Turm aus losrennen. Nix Bewegung. Kommt her. Nummer 1. Nummer 1. Na. Es war doch da drüben gerade noch einer. Kommst du bitte her. Nummer 1. Na, scheinen alle außer Reichweite zu sein, dann gehen wir halt weiter. Hier lang. Ganz sneaky. Ja, ja, da sehe ich einen. Geradeaus. Oh, da haben wir gleich noch Magie-Kirchen erhalten. Ich würde sagen, wir schalten alle aus, wenn wir es können. Vorsicht. Vorsicht. Geh zurück. Warum? Versteck dich. Warum? Wozu? Achso. Was ist denn, wenn das jetzt irgendwie ein Problem war? Warum? Ja. Was ist denn das? Ich würde sagen, wir gehen mal an. Nein, das stört hier doch keinen. Hier ist nochmal ein Banner. Hier wird mir eine Quest angezeigt, aber ich sehe nicht, wer einen die gibt. Ach da. Ah, so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Oh je, wenn mir doch nur jemand helfen würde. Für eine anständige Hilfskraft wäre ich sogar bereit, richtig tief in die Tasche zu greifen. Feinst du mich? Ehrlich gesagt, scheinst du gar nicht so viel zu tun zu haben? Doch, doch. Heute ist der Teufel los. Komm schon. Naja, wenn ich dafür bezahlt werde, warum nicht? Ich melde mich später. Danke, Mann. Du weißt, wo du mich findest, okay? Ah, meine Hilfskraft. Mal schauen. Lass du einfach nur wieder Essen ausliefern. Entschuldigung. Entschuldigung. Komme. Eine neue Bestellung. Hier, das Essen. Guten Appetit. Sieht lecker aus. Verzeihung. Komme. Eine neue Bestellung. Hier, das Essen. Oh, ich will bestellen. Komme. Eine neue Bestellung. Hier, das Essen. Guten Appetit. Haha, Essen fassen. Herr Ober. Entschuldigung. Hallo, verarscht mich. Komme. Spieße und Curry. Komme. Und Spieße. Eine neue Bestellung. Hier, das Essen. Guten Appetit. Spieße und Curry. Wie das duftet. Guten Appetit. Sieht lecker aus. Äh, Herr Ober. Entschuldigung. Hä, war das falsch? Komme. Zwei... ...geflügelte Spieße. Komme. Und einen scharfen Spieß. Eine neue Bestellung. Darf ich? Hallo, nicht jumpen. Anklicken. Wie das duftet. Guten Appetit. Sieht lecker aus. Scheiße. Verzeihung. Hey, ich will bestellen. Also, für den lausigen Einsatz bezahle ich dich nicht. Das übst du besser nochmal. Jetzt siehst du das Assassine besser und zack. Holst du die Kohle. Weißt du, es war halt nur 100 Punkte unter dem, was man erreichen sollte. Weißt du, ich bezahle dich. Ist ja nicht so, als wenn man nicht 90% der Arbeit trotzdem gemacht hat. Okay. Wo geht es als nächstes dann hin für die... ...ID-Karten? Da vorne direkt vor das Kraftwerk. An der Hauptstraße hinten und... ...wann da eine eigene Nebengasse reingeht. Ne, nein, zum Kraftwerk gehen wir doch nicht. Ich würde sagen, wir gehen erst nach vorne durch. Weil wir dann ja sowieso zum Kraftwerk dann wahrscheinlich rein müssen. Wenn wir das mit dem Kraftwerk zum Schluss machen. Ja, lasst alles schön liegen. Dann können wir auch gleich... ...für prompto das Fotomagazin holen. Oder was das war? Genau, Fotomagazin. So. So. Ja, habe ich. So ein hübsches Mädchen wird natürlich... Willkommen beim Festival. Florinen können am Eingang umgejauscht werden. Wo wohin sie... Wollen wir über die Rohre da gehen? Lass mal. Mir ist mein Leben wichtiger als Florinen. Reagiert ihr da drauf, wenn wir pfeifen? Ich gehe etwas auf Abstand. Ich stinke nicht. Ich stinke nicht. Weißt du? Mich hat gerade ein muskulöser Mann mit tätowiertem Oberkörper nach dem Weg gefragt. Hahaha. Bitte was? Gladio. Er hat so nett gelächelt. Und wirkte so stark. Na. Magst du nicht mit mir reden? Nee. Siehst du den M.I. da? Der hat eine der Karten. Er ist in Alarmbereitschaft. Das schlägst du vor. Ich lenke ihn ab. Gut. Und dann? Blöde Frage. Dann lässt du dir was einfallen. Hey! Der verarscht mich. Der verarscht mich. Hallo. Aus mit dir. Und noch ein Magikin. Okay. Der ist jetzt nur noch oben in Richtung Kraftwerk. Am Panoramapark gibt es altersgerechte Spiele für Nachwuchsassassinen. Also. Ja genau. Hier lang. Ich sorge für einen Menschenauflauf in seiner Nähe. Du verbirgst dich in der Masse und näherst dich so. Machen wir. Willkommen beim Festival Assassin. Erlege ich. Und noch ein M.I. Kern. Haben wir jetzt alle Karten? Nein. Die letzte Karte muss wohl dieser Loki haben. Noct. Geh noch einmal auf den Turm rauf. Vielleicht siehst du ihn von oben. Alles klar. Und was machen wir, wenn wir die Karte haben? Dann deaktiviere ich den Störsender. Was? Du, Sidney? Ich war schon oft genug in der Fabrik. Wenn's um Maschinen geht, dann bin ich eh die beste Wahl. Und außerdem kann ich nicht tatenlos rumsitzen, wenn meine Freunde in Gefahr sind. Hm. Wir kommen mit, damit dir nichts passiert. Danke. Passt auf. Okay, dann. Zack. Gib mir noch ein paar Magikirne ab. Hast du mir was mitgebracht? Ja, easy, Junge. Ich zähle auf dich. Lü... Könnte ich gleich wieder abgeben. Und? Warst du erfolgreich? Du bist ein fähiger Assassine. Ich zähle auf dich. Abrollen müssen wir noch üben. Achso, jetzt kommt die Stelle, die wir ganz am Anfang gespielt haben. Da ist der Kerl. Hast du Loki gesehen? Ja. Ja. Da lang. Auf geht's. Den holen wir uns. Ja. Und mit ihm die letzte Karte. Ihr habt sie noch nicht gefasst? Aber ohne ID-Karten kommen sie nicht weit. Du entkommst uns nicht. Lass uns nah dranbleiben. Mit der Niederlage in Daska darf die Geschichte nicht enden. Ich werde die Ehre Niflheims und die meiner Familie um jeden Preis wieder herstellen. Als wenn man nicht einfach jetzt hier runterspringen könnte und den erledigen könnte, weißt du? Gehen so viele Feinde haben wir keine Chance. Noct, wie wär's mit einem Umweg? Noct, vielleicht gibt es oben einen Weg. Noct, vielleicht gibt es oben einen Weg. Ja. 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 Ich werde die König töten und der Welt den Frieden schenken, den sie verdient. Verdammt. Gleich ist er im Kraftwerk. Ich glaube, du musst von hier an alleine weiter. Viel Glück, Noct. Du schaffst das. Ähm. What the heck? Wer ist da? Ein Assassine im Kampf für Gerechtigkeit. Tch. Lächerlich. Tötet ihn! Tch. Lächerlich. Ja. Tch. Tschüss. Ja, natürlich schießt der mit der Rakete vor mich. Ja, dann geh doch hinterher. Danke, die Karte nehme ich. Und lass dich hier nie wieder blicken. Wie lange hast du noch vor, hier Assassine zu spielen? König Noctis. Du hast mich erkannt? Ich wusste, dass du versuchen würdest, dir die ID-Karte zu holen. Ich hab dich genau da, wo ich dich wollte. Und jetzt stirb! Auf ihn! Oh, ein Falle? Verdammt! Federn? Ja, was ist denn hier jetzt los? Verdammt! Wo geht's zum Kraftwerk? Okay, so. Welche Richtung? Hallo, gehst du da runter? Oh, tja. Kann ich mich jetzt runterladen? Bleib mir vom Hals! Ja, ich wollte mich fahrschen. Ich wollte mich... Ähm... An der Steuerung kann man aber nur üben, alter. Zum Beispiel, dass man jetzt hier die ganze Zeit keinen ausschalten kann. Das ist richtig Schwachsinn. Jetzt lasst das. Juste jetztifft das zu machen. Boah! Ja! St du mich jetzt hierала! Oh! Das ist schon mal. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020